Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Heute gibt es ganz viele Neuigkeiten von Nikon, neue Objektive von Sigma und eine Kamera, die im Dunkeln sehen kann. Und der Stefan ist ein bisschen heiser und bevor ihr jetzt alles schreibt, Stefan ist dann dauernd krank und so weiter, ich bin ein bisschen heiser. Ich bin nicht berlegerig oder so. Ich habe eine Tochter im Kindergarten, halbe Kindergarten ist leer. Und die Hälfte der Eltern liegt wahrscheinlich auch flach. Zumindest bei uns. Ein von den beiden erwische es halt immer. Diesmal bin ich dran. So, Nikon. Nikon möchte 50, 50, das sind 5 und ein 0. Ich zähle ja im Moment so, weil meine Tochter kann so ein bisschen rechnen und deswegen immer 3 und 2, wie viel ist das und so. Und wenn ich einen wegnehme, klappt tatsächlich schon ganz gut. 50 Objektive wollen sie raus, ist nicht ganz klar, ob sie 50 rausbringen wollen oder 50 haben wollen, aber in 3 Jahren schon. Also die geben jetzt zack, 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 geben die jetzt Gas. Das ist eine ganze Menge natürlich. Plus Dritthersteller, aber rein Native Nikon Z-Mount. Also sie sind so richtig committed und bringen ja auch sehr interessante Objektive raus, mehr dazu gleich. Außerdem setzen sie voll auf das Metaversum. Und zwar haben sie quasi eine Unterfirma und die macht jetzt so ein Modell, sie haben so einen Virtual Reality Raum, nenne ich das mal, eingerichtet, die man mieten kann in Japan. Wenn du als Firma also voll aufs Metavers setzen willst, dann musst du ja alles Mögliche virtualisieren eventuell. Damit deine, sagen wir, du bist Bosch, willst du ins Metaversum gehen, dann müssen ja deine Bohrmaschinen da auch im Metaversum irgendwie zu sehen sein und so weiter und so fort. Und das kann man in diesem gemieteten Studio von denen machen, das ist von Microsoft. Also nimmt Nikon relativ viel Geld in die Hand, um anderen Firmen zu helfen, ins Metavers zu gehen. Und in diesem Zusammenhang, Facebook, Zuckerberg, predigt Wasser, trinkt Wein sozusagen, die haben sich sehr beklagt, dass Apple 30% Lizenzgebühren haben möchte. Und sie haben gesagt, das wird es bei Metavers nie geben. Und aktuell sieht das so aus, als wenn sie 50% haben wollen und dann sagen, das ist ziemlich competitive und so weiter. Also quasi, das ist doch ziemlich gut, dass wir nur 50% abhaben wollen. Ja, klar, sie wollen auch Geld damit verdienen, verstehe ich ja alles. Aber 50% finde ich ist eine ganze Menge. Nimmt der deutsche Buchhandel übrigens auch. Also ist gar nicht so viel plötzlich nebenbei. Deswegen sind wir nicht der Buchhandel. Wir bleiben noch ganz kurz bei Nikon. Und zwar TTA Tisan. Der Name fällt in letzter Zeit öfter, aber ich habe keinen Kontakt zu denen und so weiter. Will auch nicht. Die machen einfach viel. Und die kopieren einen großen deutschen Hersteller von Objektiven. Und deswegen haben die wunderschönen Objektive. Und zwar ein wunderschönes 50mm 1.2 für APS-C. Also wenn du die Retro Nikon hast oder haben möchtest, das wäre das Objektiv to have. Wenn du manuell fokussieren möchtest. Manuelles Objektiv. Aber rein schon Zoom ins Regal stellen. Ziemlich cool. Und dann Nikon Z9. Firmware Update. Und zwar einen ganzen Haufen Videosachen. Die können zum Beispiel 8K in 60p. Also 8K Slow Motion. Das ist schon ziemlich cool. So für Naturfotografen denke ich da zum Beispiel dran. Dann eine Kleinigkeit, die aber total praktisch ist. Die ich jetzt nämlich gerade nicht habe. Die ich normalerweise aber habe. Ich filme mich jetzt mit der A7C. Normalerweise steht da die A7S III. Die steht zu Hause. Und wenn ich filme, habe ich das so eingestellt bei der A7S III, dass da so ein roter Rahmen ums Display ist. Das sehe ich jetzt nicht. Da steht nur ganz klein unten in der Ecke. Rekord. Bei der Z7C. Bei der A7C. Das ist tatsächlich etwas, was sehr wenige Kameras haben, aber super praktisch ist. Weil es ganz häufig so, egal ob ich vor oder hinter der Kamera sitze, habe ich jetzt, habe ich nicht. Wo steht Rekord? Und dieser rote Rahmen drumherum, der zeigt mir halt sehr deutlich, es läuft. Also quasi so wie eine rote Lampe. Richtige Profikameras haben häufig so eine rote Lampe. Kamera läuft. Und das ist, unsere Kameras ja nicht, aber das hilft total. Besserer Autofokus und so weiter und so fort. Also wenn du eine Nikon Z9 hast, dann mach das Update schon mal drauf. Außerdem auch gibt es schon wieder neue Updates für die Z6 II und Z7 II Autofokus Verbesserungen. Gab es vor kurzem erst. Also Nikon gibt Gas. Die geben wirklich Gas. Greife ich das kurz vor, um Nikon abzuhacken. Wir waren diese Woche, oder ich war diese Woche in Vechta bei dem Willi Rolfes. Wir haben ein Video gedreht zu dem Fiat 9 800 mm für Vollformat Nikon Z-Mount. So, und das Besondere, Besonderste daran ist nicht nur, dass es ein Drittel kostet fast gegenüber dem Vorgänger. Es ist halt auch sehr viel leichter. Man denkt so zwei Kilo leichter, ja, soll sich mal nicht so anstellen, die Tierfotografen. Ja, vergiss es. Ich habe das Alte in die Hand genommen an der Kamera. Das kannst du einfach nicht halten. Das ist so groß und so schwer. Und das willst du ruhig halten. 800 mm heißt so ein kleiner Ausschnitt. Also super kleiner Ausschnitt. Und da willst du gleichmäßig mitschwenken oder präzise irgendwo hinfokussieren auf einen kleinen Vogel. Vergiss es, das geht nicht. Das geht tatsächlich nur mit einem Monopod oder einem Stativ. Und mit einem neuen geht das easy. Ganz easy. Also man kann ganz anders arbeiten. Puh. Also puh. Also ist mir immer noch zu teuer und ich interessiere mich nicht so für Tiere. Aber nur für die Spatzen an unserem Vogelhäuschen zu Hause ist vielleicht ein ganz bisschen Oberkill. Aber denk mal drüber nach. Kaufst du das Canon, das große Canon oder du kaufst dir eine Nikon Z9 und das 800 mm und sparst immer noch Geld. Also du kriegst die Z9 quasi geschenkt. Ist schon ziemlich crazy. Und nebenbei hatte ich in der Hand, das kannte ich nicht, das 500 mm von Nikon. Gibt 500 mm. Mit dem habe ich dann gefilmt an meiner Z7 II. Und das ist winzig klein. Also wie ein 70, 200er. Also winzig klein. Kann man super mitnehmen. Und 500 mm. In lichtstark und super scharf und so weiter. Der Willi sagt, das benutzt er super viel. Weil es halt so klein ist. Und dann hat er das 800er und das 500er. Und dann kann er eigentlich für seinen Bereich alles abdenken. Ziemlich guter Tipp nebenbei. Das war ziemlich cool. Und nebenbei, um das schnell abzuhangen. Ich hatte die Z7 II dabei. Die hat ja auch Tieraugenfotos oder Tiergesichtskennung, Fokus und so weiter. Das hat natürlich wieder nicht funktioniert. Nikon. Also ist schön, dass sie Gas gibt, aber da ist noch Optimierungspotenzial. Und dann hatte ich die Z9 in der Hand. Und ja, die ist halt genauso crazy wie die Alpha I von Sony. Also total, also wirklich so durch die Decke. Und die Z7 hat da schon noch ein bisschen Luft. So unter uns. Zumindest bei den Tieren. So. Genug Nikon. Sigma. Gerücht, aber scheinbar relativ konkret. Die bringen zwei 50 mm objektive Scheiben raus. Ich bin da skeptisch. Aber und zwar ein 1.2er und ein 2.0er. Wie üblich. Das 2.0er wird sehr viel kleiner und billiger sein. Das 1.2er dann wieder groß im Premium. Bin ich so ein bisschen skeptisch. Aber lassen wir uns überraschen. Wahrscheinlich wieder erstmal Sony und L-Mount. Und dann vielleicht andere Mounts. Man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht wann die rauskommen. Ich habe nichts gehört. Ich hoffe aber natürlich, dass ich da meine Hände drauf kriege. Weil 50 mm sind die beiden Weiten, die ich sehr viel nutze. Ich habe das inzwischen doch sehr alte 55 mm für Sony. Das 1.8er. Mit dem ich zufrieden bin. Aber das ist dann wirklich schon alt. Das geht besser. Ich hatte neulich das 50er von Zeiss. Also von Sony. Das 50er ist glaube ich auch 1.2. Das ist schon eine ganz andere Nummer als das alte 55er. Also muss ich sagen. Es wird zu teuer. Aber Sigma wäre vielleicht der Kompromiss. So. Duovox. Schon mal von gehört? Ich nicht. Kleines Startup. Duovox Kamera. Kann im Dunkeln sehen. Also ich verlinke das Promo-Video von denen. Das sieht schon ziemlich crazy aus. Interessanterweise haben sie einen ziemlich kleinen Sony-Sensor drin. Also nicht Vollformat, sondern kleiner als der iPhone 13-Sensor. Eine lichtstarke Linse davor, die sehr groß ist. Das iPhone hat ja auch eine lichtstarke Linse, aber halt eben nicht so groß und nicht so lichtstark. Blende 0,9. Und dadurch sind sie dann wahrscheinlich auch mit viel Software, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit viel Software. Sind sie in der Lage halt super gut im Dunkeln zu gucken. Also quasi, ne. Machst die Kerze an und ist alles in Farbe und hell und so weiter. Also crazy. Als Fotoapparat wahrscheinlich nicht so interessant. Wenig Pixel, kleiner Sensor und so weiter. Aber um zu zeigen, was geht. Sie sagen, das ist zum Beispiel interessant zum Filmen. Als Überwachungskamera könnte das natürlich funktionieren. Oder zum Filmen. Und das sehe ich tatsächlich. Weil du beim Filmen nicht zwingend immer maximal freistellen möchtest und so weiter und so fort. Und auch nicht viel Pixel brauchst, etc. Also interessant. Vor allem interessant natürlich zu zeigen, was möglich ist mit dem Sensor, den Sony schon lange hat. In größer verbaut. Größer wäre besser. Also da ist noch Luft. Weil das ist besser als die A7S III. Also besser, ne. Anders, aber heller zumindest. Also ziemlich cool. Dann Lightroom und Photoshop haben neue Updates rausgebracht. Falls du das noch nicht gemacht hast, da. Also vielleicht mal aktualisieren. Gerade auch neue Kameras. Ich werde derzeit wieder sehr viel angeschrieben. Meine Kamera-Raw-Dateien kann ich nicht lesen. Dafür gibt es halt die regelmäßigen Updates. Ganz was anderes. Oh, die Oster-News noch so ein bisschen. Haare kämmen. Kenne ich mich nicht so mit aus. Aber ein bisschen schon. Weil meine Tochter lange Haare hat und ich sie hin und wieder bürsten darf. Und es gibt tatsächlich jemanden, der hat sich mit der Mathematik dahinter beschäftigt. Die Mathematik hinter Haare kämmen. Also hinter verknoteten Haaren. Weil wenn du lange Haare hast oder deine Kinder, dann willst du das Theater kennen. Ja, sie will keinen Nachtzopf tragen und jammert dann morgens, wenn es dann zieht. So, das übt ich hier. Naja, jedenfalls gibt es eine Mathematik dahinter. Jetzt denkst du dir ein bisschen, ja, so ein Quatsch. Aber es ist tatsächlich praxisrelevant scheinbar bei manchen Produkten halt. Also gar nicht so sehr für Haare, sondern halt die Technik, da ist die Mathematik dahinter für die Produktion von diversen Stoffen und so weiter, wo halt viele Fasern sind. Also kann man sich mal angucken. Und noch was zum Schmunzeln. In England gibt es eine App. So, wusste ich nicht. Scheinbar ist es so, in England kannst du mit deinem Handy ein Auto filmen, wenn du so viel hast, der fährt zu schnell. Kannst du filmen, kannst der Polizei schicken und dir ermitteln dann, wie schnell war das Auto. Und wenn man das Kennzeichen sieht, dann ist derjenige eventuell dran. Also das ist scheinbar ganz legal. Und dafür gibt es eine App, die das macht. Also das heißt, du nimmst die App, filmst und siehst, aha, da steht 50 kmh, hier ist eine 30-Zone und dann kannst du das der Polizei melden. Dann weißt du, dass er zu schnell war und nicht nur, ich glaube, der war zu schnell. Also eigentlich ja nichts Neues im Grunde in der aktuellen Gesetzeslage in England. Aber scheinbar, die Entwickler werden bedroht und die trauen sich nicht zu sagen, wer sie sind. Und diese kleine App, erst ein paar tausend Downloads und ganz viele Drohungen gekriegt und so weiter. Alle Autoraser wahrscheinlich so irgendwie. Na warte, die schnapp ich mir. Es ist aber ein bisschen speziell, wenn man sich das tiefer ein, wenn man das durchliest. Es ist scheinbar so, dass die App so funktioniert. Die macht ein Video, lädt das Video dann bei denen auf dem Server und da läuft eine Software, die dann halt das Kennzeichen auch auswertet und so weiter. Und das ist natürlich ein bisschen heikel, weil dann kann man natürlich sofort kommen wegen Datenschutz. Wobei in England so viele Überwachungskameras sind, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen egal. Aber witzig, worüber die Leute sich aufregen, weil ja nur die, die zu schnell fahren, oder? Also quasi, ich fahre schneller, als ich darf und weh, einer erwischt mich dabei, den mache ich fertig. Think about it. Na gut, so. Hashtag Wiesner News, wenn du möchtest, dass wir über deine Fotos reden, dann machen wir das, wenn du das Hashtag ranmachst. Zum Beispiel der Stefan Demmelmeier, der war im Dachauer Moos und hat ein Blaukehlchen gefunden. Der Willi und ich haben auch nach einem Blaukehlchen gesucht und leider nicht gefunden. Der Chris Kaule hat gerade eins gehabt und halt eben auch hier der Stefan. In Bayern ist das übrigens. Superschön, auch schön erwischt. Mit Olympus war er unterwegs nebenbei. Also man muss nicht zwingend einen Nikon Z9 mit Vollformat haben, sondern sowas kann man auch mit einem kleinen Olympus machen scheinbar. Also schönes Foto. Sehr ähnliche Situation wie der, in der wir waren und das halt eben gesucht haben. Im Schilf, das heißt du hast dieses graue, farblose Schilf eigentlich im Hintergrund. Also ich vermute, dass es Schilf ist oder Äste halt. Und dadurch springt der Vogel halt mehr hervor mit dem blauen Kehlchen und so weiter. Also schön, wirklich schön. Auch wirklich ein schöner Vogel. Dann O. Preuss war in Hamburg unterwegs, so einer der Klassiker, nämlich die Köhlbrandbrücke, die ja dann irgendwann auch mal abgerissen werden soll. Ich dachte, die läuft schon gar nicht mehr, aber scheinbar fährt man doch noch drüber. Und halt also tolle Untergangsstimmung natürlich und so weiter. Also wirklich einer der Klassiker in Hamburg. Man kommt da gut hin, kann da gut stehen. Jetzt in dieser Jahreszeit friert man nicht mehr. Also ein schönes Foto, wenn man so einen Himmel erwischt wie der O. Preuss. Gratulation dazu. So, und dann zeige ich mal das hier. Weil es ist tatsächlich gar nicht so einfach, hier Fotos zu finden, die ich hier zeige. So, und das soll jetzt keine Kritik sein. Ich habe jetzt wahllos einen Screenshot gemacht, weil da sind 350.000 Fotos oder so inzwischen drin. Und die allermeisten sehen halt so aus. So, keins von diesen neun habe ich hier vorgestellt. Warum nicht? Einfach auch so ein bisschen als Tipp für dich, weil ich werde immer öfter angeschrieben inzwischen. Du bist zu groß geworden, ich folge dir jetzt nicht mehr, weil meine Fotos werden nicht in der Bissinus gezeigt. Ja, das sind 350.000 Fotos und ich zeige jetzt drei pro Sendung oder vier. Natürlich muss ich eine Auswahl machen. So, das hat jetzt nichts mit gut oder schlechten Fotos zu tun, sondern es geht auch ein bisschen darum, interessante Fotos. Ich versuche interessante Fotos zu machen, soweit das halt geht. Oder was aktuell ist, zum Beispiel jahreszeitlich. Frühblüher waren halt jetzt so ein bisschen dran, also habe ich Frühblüher gezeigt und solche Sachen. Wenn der erste Schnee kommt, zeige ich Schneebilder etc. Und die Woche drauf kommen dann immer ganz viele Fotos zu diesem Thema, aber dann ist das Thema ja schon so ein bisschen durch. Also wenn ich Frühblüher bespreche und dann postest du ein Frühblüher, es sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal darüber spreche, außer vielleicht einmal noch, weil ich sage, ich greife das nochmal auf, weil ganz viele von euch das posten. Aber dann ist das Thema auch so ein bisschen durch, ein Stück weit. So, also warum habe ich keins von diesen neuen Fotos gezeigt? Also oben links fangen wir mal an. Ich sage es ja immer wieder, was ist die Botschaft von deinem Foto? Warum machst du das Foto? Und es geht nicht ums Machen im Grunde, weil du kannst machen, was du willst, natürlich. Aber warum postest du das? Warum soll die Welt sich für dein Foto interessieren? Was ist der Titel von deinem Foto? Was ist interessant an deinem Foto? Und wenn es heißt, Stein mit einer Sechs im Wald, nicht der richtige Titel für einen Kassenschlager, oder? Also ist nicht böse gemeint, aber ist ein bisschen so, ja, warum soll ich nicht? Also kein interessantes Licht, kein interessantes Motiv. Also es muss nicht schön sein, interessant halt, auffällig in der Weise. Dann daneben, ja, da ist wahrscheinlich so ein bisschen Sonntaufuntergang, aber dermaßen krass an den Reglern gezogen, das mich sowieso nicht interessiert. Und dann ist der farbige Teil halt auch sehr, sehr klein. Da muss man ja schon genau hingucken, um den zu sehen. Und so ein bisschen so, ja, okay, die Sonne geht am See unter. Das kann schön sein, das kann natürlich schön sein. Und das sieht jetzt auch so aus, als wenn der Himmel explodieren würde. Hat er wahrscheinlich nicht. Auch die Wolken sind toll, solche Wolken würde man haben. Punkt 1, der Horizont ist genau in der Mitte. Das kann richtig sein, ist aber häufig langweilig, weil das ist das, was man automatisch macht. Ich kann mir nicht entscheiden, was ist wichtiger, Himmel oder Wasser. Ich packe es mal in die Mitte. Das kannst du machen und dich nachher entscheiden, zuschneiden. Warum nicht, mache ich manchmal. Aber hier ist so ein bisschen so, was ist das Hauptmotiv? Worum geht es? Was ist die Unterschrift? Und das ist nur Sonnenuntergang am See. Und das sehen wir einfach tausendmal und tausendmal in Schöner. Wenn ich da durchscrolle, durch die Wiesner News, dann sehe ich ganz viele Sonnenaufuntergänge am Meer und am See und so weiter. Und viele davon sind einfach spektakulärer. Also das ist ja kein schlechtes Foto, aber es ist halt so ein bisschen so, ja, ja. Schwan am See mit dem Handy aufgenommen, ja, okay. Schwerende sind immer toll. Aber es ist jetzt kein besonders interessantes Schwanenbild, oder? Dann nochmal irgendwie Sonnenuntergang. Sehr viel Grün und Sonnenuntergang. Genau das Gleiche, Horizont in der Mitte. Sehr viel Grün da unten. Was soll ich mit dem Grün? Das gibt mir ja keine Zusatzinformationen. Schneid das meiste von dem Grün weg, dann ist der Himmel viel dominanter und schon habe ich ein viel interessanteres Foto, weil dramatische Wolken gehen ja auch immer so ein bisschen. Dann der Leguan, wahrscheinlich im Zoo irgendwo, ja, weiß ich nicht. Da muss ich jetzt natürlich sagen, ich habe mir den Post nicht angeguckt. Ich habe den nicht angeklickt, ich habe mir nicht angeguckt. Vielleicht steht da ein super interessanter Text drin. Vielleicht ist es ein Biologe und der hat da irgendwie Forschung gemacht und ein toller Text und so weiter. Total faszinierend, weiß ich nicht. Ich klicke es nicht an, weil 330.000 Bilder. Und davon 2000 in dieser Woche. Da muss ich halt schnell durchgucken. Und so gehen wir alle durch Instagram. Wir scrollen sie durch und bleiben hier und da hängen. Und bei dem Leguan bleibe ich nicht hängen. Das nächste, ja, die Stimmung ist wahrscheinlich ziemlich cool, also ziemlich endzeitlich. Da könnte man was draus machen. Also da eine Person hinstellen, vielleicht interessante Frau im weißen Kleid, weh in der Haare und so weiter. Könnte gut sein. Dichter rangehen an den Baum, weitwinklicher dichter ran, dass der Baum noch dominanter ist. Die Nachbearbeitung ist ein bisschen speziell, passt aber sehr gut dazu, finde ich. Also es ist kein schlechtes Foto, finde ich gut. Aber ich bleibe nicht hängen, weil es nicht klar ist, was ist eigentlich die Botschaft. Und was, achte mal drauf, Horizont in der Mitte. Das heißt, das halbe Bild ist einfach so bräunlich, farblos. Wenn du dichter rangegangen wärst und tief gegangen wärst, wäre der Baum vor dem Himmel und dann wäre es wahrscheinlich cooler Baum vor dramatischem Himmel. Und dann wäre es gut gewesen. Also nah dran, aber so einfach nicht so doll, dass ich hängen bleibe. Nächstes Bild, eine Eisenbahn mit vieler Dampf, großer Dampfwolke. Ja, da gibt es einfach ganz, ganz tolle, gerade vom Brocken gibt es ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Bilder. Das ist halt nicht eins der ganz tollen, weil der Feld fährt vor der Felswand. Drei Viertel vom Bild ist einfach weiße Rauchwolke. Die Bahn ist sehr, sehr dunkel. Die sehe ich eigentlich gar nicht, weil die Bahn gerade im Schatten ist. Das heißt, eigentlich sehe ich eine Dampfwolke mit Anhängern. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Zug. Ich muss genau hingucken, um den Zug zu sehen. Die Dokumentative viel dichter rankommen lassen. Oder halt die vor dem Himmel haben, sodass sie sich doll abhebt. Oder halt voll in der Sonne zumindest. Oder keine Ahnung. Also gibt es diverse Möglichkeiten, das zu machen. Aber so bleibe ich mit meinen Augen nicht hängen. Wiese mit Wiesel. Kann man noch einen Reim daraus machen. Ja, okay. Bist halt nicht nah genug rangekommen. Nicht genug Tele wahrscheinlich, um das irgendwie interessant zu machen. Weil so, der ist zu klein. Beim Durchblättern bleibe ich da nicht hängen. Und sehe auch nicht zwingend, was es ist. Und dann ein sehr dunkles Nachtbild. Da sehe ich sehr, 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 sehr viele von. Weil das ist natürlich etwas, was fasziniert, wo auch die Leute stolz drauf sind. Das ist jetzt schwierig. Das erste Mal Nachtfoto, man ist stolz drauf. Und will das zeigen. Das verstehe ich. Das habe ich ja auch früher auch gemacht. Aber es ist natürlich ein typisches Motiv, das einfach sehr dunkel ist. Genau das Gleiche wie der Hautzahn ist in der Mitte. Ich wiederhole mich. Hautzahn ist in der Mitte. Die Hälfte vom Bild ist quasi nur schwarz. Der Himmel ist auch sehr, sehr dunkel. Ich habe keinen interessanten Vordergrund. Vordergrund nach Bildgesund. Es muss nicht immer einen Vordergrund haben. Aber meistens hilft es, wenn ein interessanter Vordergrund ist. Oder halt ein Hauptmotiv, das so fesselt, dass es passt. Aber so ist es ein bisschen so, ja. Gar kein Vordergrund, weil einfach nur schwarz. Und darüber halt die Sterne. Ja. Weißt, was ich meine. Aber es ist nicht böse gemeint. Das bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist ein bisschen so, es gibt ganz viele Sternenfotos mit dem Hashtag Wiesner News. Warum soll ich das zeigen? So. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. So ein bisschen so was, was in meinem Kopf geht. Das ist immer subjektiv. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil ich gehe immer davon aus, jeder, der ein Bild postet, ist stolz auf das Foto. Möchte das zeigen, weil er stolz darauf ist. Ich kann nicht alle zeigen. Ich versuche die zu zeigen, die halt so ein bisschen aus der Masse rausheben wie das Blaukehlchen. Das ist halt mal ein schöneres Bild. Und es geht nicht darum, dass der Hintergrund super toll unscharf ist. Das hilft, um den Vogel davor zu heben. Aber ich zeige das nicht wegen dem Hintergrund, sondern wegen dem Blaukehlchen. Dann nochmal zurückgehen. Da ist ganz klar, der Titel ist Blaukehlchen. Gibt es keinen Zweifel dran. Und da darf es auch mittig platziert sein und so weiter. Es wäre was anderes, wenn das Blaukehlchen jetzt am Nest wäre und seine Kleinen füttert. Dann müsste der Bildausschnitt anders sein. Und dann wäre der Titel auch anders. Aber ich bin mir sicher, dass Stefan hätte das hingekriegt, dass er da auch dann klar wäre, worum es geht. Auch die Kühlbarnbrücke. Habe ich jetzt schon oft gesehen, das Foto. Das ist jetzt nicht speziell gut für die Kühlbarnbrücke, aber es ist halt der Klassiker, Lichtspur und so weiter. Achte mal drauf, der Horizont ist nicht in der Mitte. Da ist ganz klar, der Himmel ist dramatisch, also zeigt er viel Himmel. Und die Brücke ist auch nicht schwarz durch die Lichtspur und ist die halt relativ fehl und gut zu sehen. Nur unten rechts, die Ecke ist halt relativ dunkel. Das ist halt so ein bisschen so, da sind halt keine großen Lichter oder sowas, keine Lichter kennen etc. Und da kann er auch nicht leicht behindig machen. Der Zola könnte das wahrscheinlich, der hat so eine crazy Taschenlampe. Aber klar, es ist zu groß. Deswegen, das kann man nicht so viel anders machen. Man könnte höchstens überlegen, mehr Himmel oder so. Ich weiß nicht, wie es zugeschnitten hat, aber braucht es auch nicht zwingen. Also die Botschaft ist klar und der Hautzahn ist nicht in der Mitte. Das so als Tipps. Und interessantes Licht und interessantes Hauptmotiv. Blickführung durch die Kurven, durch die Lichtspuren usw. Also da passt alles so ein bisschen. Und bei den anderen Bildern, die ich gezeigt hatte, eben so ein bisschen so, alles so ein bisschen so, einfach ein bisschen, es fehlt so ein bisschen der Eyecatcher. So. Es war jetzt ein bisschen länger als sonst, aber ich hoffe, das war hilfreich. Es war jedenfalls hilfreich gemeint. So, Team Wiesner. Das Rezept der Woche hatte ich letzte Woche schon angekündigt. Protein, Mousse au Chocolat. Perfekt für nach dem Training, wie ich in dem Video auch gezeigt habe, nämlich wie ich mir so ein Mousse verdiene. Das ist auch so am Rande. Warum hast du eigentlich kein Abo? Die Hälfte von euch, die Hälfte, die man im Video schaut, lassen kein Abo da. Ja, das ist nicht diese Woche so, das ist schon lange so. Das ist eigentlich gut. Ich habe mal mit jemandem von YouTube, ich mache da so eine Phase, wo man so ein Partnerprogramm hat, da hat man einen YouTube-Typen, der einem so ein bisschen hilft. Mit dem habe ich drüber gesprochen. Und er hat mir gesagt, das ist sehr, sehr gut, dass die Hälfte meiner Zuschauer keine Abo da lassen oder kein Abo haben, weil das heißt, also er hat das so gesagt, das heißt, ich mache Videos, die auch neue Leute interessieren. Also ich mache immer wieder neue Videos, wo Leute, die mich noch nicht kennen, hingehen und das Video gucken, weil sie haben kein Abo, also sind sie neu. Okay, so hat er das gesagt. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, in meinem Fall ist es so, dass sehr viele von euch aus Prinzip kein Abo da lassen, weil sie den Wiesner nicht mögen, aber trotzdem die Videos schauen und dann runterschreiben. Ich mag deine Videos nicht. Da gibt es ja ein paar Pappenheimer. Vielleicht nicht 50 Prozent, weil das wäre ja noch relativ viel, aber so ein bisschen so. Also warum lässt das Abo nicht da? Es kann natürlich auch sein, du hast ein Abo und guckst gerade auf dem Zweitgerät, wo du mich nicht abonniert hast oder sowas. Lass doch da auch noch ein Abo da. Hilf mir. Interessanterweise ist es bei dem Kochkanal genau gleich. Also genau gleich. 50 Prozent Abos und 50 Prozent keine Abos. Auch da wahrscheinlich aus Prinzip, der Wiesner macht, ein Teil der Rezepte sind vegan, also lass ich kein Abo da. Vegan ist, mach ich nicht. Obwohl du ständig vegane Sachen isst, ist nur nicht drüber nachdenkst, nicht bewusst. Also Marmeladenbrot ist ja auch vegetarisch oder vegan, wenn du Margarine oder Butter nimmst, je nachdem, zum Beispiel. Oder so ein Müsli ist vegetarisch. So, nebenbei. Ein Apfel ist übrigens vegan. Schokolade auch häufig übrigens vegan. Je nachdem. So, das war ein bisschen am Rande. Und nebenbei, auf dem Kochkanal sind mehr Frauen als Männer natürlich. Nicht mehr Frauen als Männer, immer noch mehr Männer als Frauen, aber mehr Frauen als auf dem Fotokanal. Aber auch da ist natürlich noch Luft nach oben. Nebenbei, das ist interessanterweise das Tierebuch. Tierebuch von Chris Kauler. Das kaufen mehr Frauen als Männer. Ganz auffällig, wenn ich die Adressen ausdrucke und die verschicke, fällt mir ganz oft auf, dass da eben Frauen drauf sind. Also auffällig mehr als Männer. Bei allen anderen Sachen, bei mir ja nicht so. Ob sich mehr Frauen dafür interessieren oder ob das einfach auch häufig Frauen sind, die das kaufen für ihren Freund als Geschenk, das kann ja auch sein. Das weiß ich natürlich nicht. Aber jedenfalls, da ist es ganz auffällig. So am Rande. So. Ganz etwas Interessantes habe ich hier. Ich verlinke das. Ich habe hier mein MacBook. Der hat hier einen SD-Karten-Reader. Den habe ich blockiert. Da ist eine SD-Karte quasi drin. Also im Grunde ein USB-Stick, der aber unsichtbar ist. Das steht quasi nicht vor. Kann ich auch nur ganz mühsam wieder rauspulen. 512 GB. Weil so ein Laptop hat natürlich immer eine beschränkte Festplatte. Die ist immer zu klein. Ich habe 1 TB drin. Und jetzt habe ich halt quasi 1,5 TB. Sehr viel langsamer als die SSD natürlich. Aber es ist eine gute Möglichkeit, um einfach nochmal 500 GB permanent dabei zu haben. Für Sachen, die langsam sein dürfen. Musik. Ich habe keine Musik drauf. Aber Musik könnte da drauf sein. Ich packe da tatsächlich alte Videos drauf. Dann habe ich mehr dabei, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich es mal brauche, dann habe ich es. Dann ist es egal, dass es langsamer ist. Aber ich muss nicht eine externe Festplatte und so weiter und so fort. Also super günstig im Grunde. Also verglichen mit den Apple-Preisen für eine SSD. Weil ich hätte da hier auch eine größere SSD nehmen können. Aber das war mir zu teuer. Und so ist es eine sehr günstige Lösung, um so eine Speicher für Festplatte-Erweiterung zu haben. Ich verlinke das. Dann nicht vergessen, bei uns im Zielfotoshop gibt es die Zielfotomagazine. Noch mit 20% Rabatt über Ostern. Das hört Ostermontagabend auf. Also wenn, dann jetzt zuschlagen. Nebenbei haben wir 55 Millionen Aufrufe bei unserem Kanal. 55 Millionen. Ich weiß, andere machen das mit einem Video. Ich halt nicht. Aber trotzdem ist es eine echt große Zahl, oder? So, 55 Millionen Aufrufe. Stell dir vor, ich hätte 10 Cent pro Video gekriegt. Also 10% pro Aufruf. Ist ja eigentlich nicht so unfair, oder? Du hast einen Content, du hast einen Nutzen, zahlst mir 10 Cent. Dann müsste ich jetzt hier nicht sitzen und mich von euch beschimpfen lassen. Würde ich trotzdem machen. Das ist das Coole. Ich würde trotzdem hier sitzen. Willi Rolfes Video hatte ich schon gesagt. Nebenbei. Ich werde immer wieder, immer mehr auch angegriffen, dass ich halt nur noch Reviews mache und nur noch Wiesner News mache, die aber am meisten Leute gucken. Und warum machst du keine Videos mehr mit rausgehen? Wir sind draußen gewesen. Dann guck auch das verflickste Video und schimpf nicht nur. Weil das ist tatsächlich so. Die Draußen-Geh-Videos mache ich ja auch am liebsten. Die machen am meisten Spaß. Aber die werden halt am wenigsten geguckt. Und deswegen mache ich die nicht so viel. Weil ich lebe ja letztlich auch davon, dass ihr die Videos auch guckt. Und ich mache das, was ihr gucken wollt. Und nicht das, was ihr sagt, was ihr gucken wollt, sondern das, was ihr wirklich guckt. Und das sind in der Regel die Reviews und die Wiesner News. So. Also, ich verabschiede mich ins Osterwochenende. Ich wünsche dir ganz, ganz schöne Ostern. Bleib gesund. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Das Interessante ist ja, Ich bin da körperlich in der Lage zu. Meine Stimmbänder können das. Warum kann ich das im Alltag nicht? Weil so eine richtig coole, tiefe Stimme will man als Mann ja haben. Also, ich muss versuchen, mir zu merken, wie ich spreche, damit ich das auch nächste Woche noch habe. Oder? Also wirklich. Ich habe da mal mit der Logopädin drüber gesprochen. Die konnte mir aber auch nicht sagen, warum das so ist. Weil, wenn die Stimmbänder das können, dann wüsste ich das doch immer können machen. Tief. Joe. Nenn mich Joe Cocker. Tschüss.